Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie den Lichtschalter Ihres Pizzaofens austauschen können. Lösen Sie zuerst die Schrauben der rechten Seitenabdeckung und nehmen Sie diese ab. Lösen Sie dann die Stecker des Lichtschalters. Achten Sie dabei auf die Belegung. Brücken Sie dann den Lichtschalter nach vorne aus dem Gehäuse. Setzen Sie dann den neuen Lichtschalter in das Gehäuse. Setzen Sie dann die Stecker wieder auf. Achten Sie dabei auf Belegung. Bringen Sie nun das Seitenpanel wieder an und schrauben Sie es fest. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017